So, und hier haben wir jetzt unser Pferd Secret Sadings, so sieht es aus, schon gesattelt, fertig, bevor es jetzt gleich in der Früh losgeht auf den Track. Secret fände ich doch mal um, Secret will wirklich nicht umdrehen. So, und hier sehen wir jetzt unsere beiden Track-Rider, die sind gerade vom Track zurückkommen, und Andreas springt jetzt erst der Box und nimmt sich jetzt das Pferd. Schau, was ist der Name des Pferdes? Das ist Red Fox. Es ist kein spezielles Pferd. Oh, das ist kein Fuckhead, nein. Kein Fuckhead. Und der zweite Reiter dann zurück. Good morning, Beck. Oh, good morning. Yeah, hello. So, und jetzt geht's zum Schwimmen. Jetzt wird natürlich nicht geschwommen, sondern gehost. Die Andrea nimmt jetzt den schon auf und spritzt jetzt das Pferdchen ab. Jetzt lässt sie ganz ruhig stehen und lässt sich abgetrocknen. Der Markus hat sich jetzt hier mitten in der Nacht das zweite Pferd geschnappt, hat's gewaschen. Das haben wir jetzt schon gesehen, hier mit dem Schweißmesser zieht das ab. Jetzt kommt gleich das Handtuch zum Trottenrubbeln. Und jetzt hat mit dem Handtuch Trotten gerubbelt. Danach haben wir wieder ein feines Pferd. Es ist Freitagmorgen, 6 Uhr irgendwas. Und dahinten kommen unsere Trackrider. So sieht das aus. Da vorne ist noch Depp, die führt ein Pferd. Da kommen sie angeritten und bringen uns die Pferde, die wir gleich waschen sollen. Das war ein bisschen zu kalt bevor. Luke, sag mal was du in Deutsch kennst. Guten Tag Morgen. Guten Tag Morgen. Ist das Guten Morgen? Das ist Guten Morgen, ja. Guten Morgen! Gut. Was ist das B***? Das was? B***. B***. Schlampe. Guten Schlampe. Guten Schlampe. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Und jetzt machen sie die Pferde fertig. Der Markus hat eins abgenommen. Wir fahren das Zaunzeug runter. Wir nehmen den Sattel ab.